Hallo und herzlich willkommen zu einem heute mal etwas anderen Video aus unserer Businessfragen Academy. Das heutige Video möchte ich nutzen, um Ihnen eines unserer Webinare vorzustellen. Warum mache ich das bzw. warum möchte ich Ihnen das vorstellen? In den letzten Wochen haben wir verstärkt Anfragen von Studenten bekommen, welche Unterstützung bei der Formatierung Ihrer Abschlussarbeit, also sprich Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, benötigen. Und aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, ein Webinar anzubieten, und zwar mit dem Titel Wissenschaftliche Arbeit richtig formatieren mit Microsoft Word. Aber warum ist es wichtig, sich überhaupt mit der richtigen Formatierung zu beschäftigen? Die richtige Formatierung Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, und hierbei ist es komplett egal, ob es sich hierbei um eine Hausarbeit, eine Seminararbeit, eine Bachelor- oder Thesisarbeit handelt, spielt im Rahmen der Korrektur bzw. auch der damit verbundenen Benotung eine entscheidende Rolle. Ich habe in den letzten Jahren schon zahlreiche gut verfasste wissenschaftliche Arbeiten gesehen, welche aber dafür nicht belohnt wurden. Und ganz einfach aus diesem Grund heraus, weil es aufgrund von einer schlechten bzw. einer fehlenden Formatierung eben einen relativ hohen Punkteabzug gegeben hat. Und das hat halt dann eben zu einer nicht perfekten Note geführt. Und natürlich muss man jetzt auch dazu sagen, abhängig davon, welche Hochschule oder Universität besuchen, gibt es kleinere Unterschiede bzw. Vorgaben in Bezug auf die Formatierung Ihrer Arbeit. Letztendlich kann man aber festhalten, dass sich diese Vorgaben alle auf ein und dieselben Punkte beziehen. Und diese Punkte sind einerseits einmal die richtige Formatierung des Inhaltsverzeichnisses bzw. Abbildungsverzeichnisses, sowie die weiteren Verzeichnisse wie im Tabellenabkürzungs- oder Literaturverzeichnis. Darüber hinaus gibt es auch konkrete Vorgaben, wie die Überschriften formatiert sein sollten, Kopf- und Fußzeilen, wie groß die Schrift sein sollte bzw. welche Schriftart gewählt werden sollte oder aber auch Einstellungen bezüglich der Seitenränder und Seitennummerierung sind häufig in den Vorgaben enthalten. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum brauche ich das überhaupt oder warum brauche ich dazu ein Webinar, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, stimmt, haben Sie vollkommen recht. Natürlich ist es nicht allzu schwer, wenn Sie einmal wissen, wie es funktioniert. Unserer Erfahrung nach oder meiner Erfahrung nach kommt es hier aber sehr, sehr häufig zu Problemen, vor allem in Bezug auf die automatische Erstellung von Verzeichnissen, die Integration oder die automatische Integration der Überschriften in die Kopfzeile, sowie bei der Seitennummerierung oder anderen Formatierungsvorgaben bzw. Formatierungsmöglichkeiten. Und genau hier setzt unser Webinar wissenschaftliche Arbeit richtig formatiert mit Microsoft Word an. Und in unserem Webinar zeigen wir Ihnen dann eben Schritt für Schritt, wie Sie Ihre wissenschaftlichen Arbeit an die Vorgaben anpassen und dementsprechend richtig formatieren und dadurch viel Zeit und Nerven sparen. Aber natürlich, abschließend noch eine kurze Anmerkung von mir, aber natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, hier zahlreiche YouTube-Videos anzuschauen oder zu googeln oder Bücher zu lesen, aber ich verspreche Ihnen eines, hier werden Sie deutlich mehr Zeit benötigen, um diese Formatierungen richtig zusammenzubringen, als wie einmal kurz unser Webinar zu besuchen. Und aus diesem Grund meine Empfehlung, besuchen Sie unser Webinar, welches einmal pro Monat stattfindet. Der nächste Termin findet schon relativ zeitnah statt, aber die genauen Termine finden Sie eben auf unserer Academy-Seite unter dem Bereich Events und den Link zu den Events schreibe ich Ihnen auch in die Beschreibung dieses Videos. Also noch einmal abschließend kurz, nutzen Sie die Zeit für die Inhalte und vergeuden Sie nicht unnötig Zeit mit der Formatierung und lassen Sie sich von uns bzw. von mir helfen.